Die Haltung der politischen Vertreter, die das, was jetzt eben getan wird, nämlich so leichtfertig Klimaziele, die doch festgelegt waren, aufgegeben werden, dass wir die wieder zur politischen Verantwortung bringen. Das ist wichtig. Die Haltung der politischen Vertreter, wo die Haltung der politischen Vertreter der politischen Vertreter, das wieder zurückgebracht hat, wie eine die Haltung der politischen Vertreter. Das ist wichtig. Und wie ich dringend. Diese Haltung der politischen Vertreterinnen為什麼 in der politischen Vertreter,